Recycling – Motor für den Kreislauf der Ressourcen Herzlich Willkommen bei Karl Kaufmann Recycling AG Wir schaffen wieder neue Werte Mit unseren Dienstleistungen in den Bereichen Metallrecycling, Gesamtentsorgung und Handel bieten wir Produktionsfirmen, Händlern, Institutionen der öffentlichen Hand sowie Privatpersonen die fachgerechte Entsorgung und Verwertung der anfallenden Abfälle und Wertstoffe an Der Schutz unserer Umwelt ist für uns Passion Durch den Einsatz von Sekundärrohstoffen werden Ressourcen und Energie eingespart Durch ständige Verbesserung der Verarbeitungsprozesse erreichen wir die größtmögliche Verwertungsquote der wertvollen Rohstoffe Unsere technischen Anlagen werden laufend überwacht und ständig auf den neuesten Stand gebracht Wir sind ein spezialisiertes Unternehmen auf dem Gebiet des Stahlrückbaus Unser Spektrum reicht von der Demontage eines Heizkessels bis zum Abbruch von ganzen Industrieanlagen Inklusive deren Abtransport und Entsorgung Alles aus einer Hand Selbstverständlich bieten wir auch maßgeschneiderte Logistikkonzepte an Unsere Profis beraten Sie kostenlos und erstellen für Sie ein umfassendes, professionelles Entsorgungskonzept mit Sammlung, Logistik und Verwertung Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung Wir freuen uns auf deinen Methoden 1999 Wir freuen uns auf die Aus 파� 한 Inner Excel Warum wir Are bego Изis Klein und Verwertung Wir freuen uns auf die Bettina Beispiel auf dem Körper Wir monывайтесь Wir freuen uns auf alle